Insofern entscheidet heute, wie man ein Simm aussieht. Wir haben hier 46 verschiedene Möglichkeiten. Ich drücke einmal, zweimal und dreimal. Die Nummer 17. Ein Simm, der aussieht wie ein Tier. Das hatten wir doch schon mal. Okay, gib mir ein zufälliges Tier. Eine Biene. Okay, wir versuchen das jetzt zu schaffen mit Dingen aus dem Spiel. Also kein Sissi. Die Biene ist ja rein theoretisch gelb, aber ist schon krass. Ne Leute, ich glaube, wir bleiben bei einer normalen Hautfarbe. Die Haare machen wir schwarz. Und haben wir irgendein Bienen-Make-up? Ne, nur für Schmetterlinge. Und wir brauchen ein schwarz-gelb gestreiftes Oberteil. Oder oben gelb und unten schwarz. Da merke ich gerade, die Haare sind sissi. Dann nehmen wir die hier. Da hat sie noch gelbe Schuhe. Marzeneggel. Die bekommt sie auch noch so. Und wir nehmen lieber das Oberteil, weil da sind Blumen drauf.